Der Deerhound ist eine von der FCI anerkannte britische Hunderasse. Herkunft und geschichtliches. Der Deerhound wurde zur Hetzjagd auf Hirsche gezüchtet und diente im Mittelalter dem schottischen Adel als Begleithund. Ebenso wie der irische Wolfsonf wird der Deerhound auf die großen keltischen Windhunde zurückgehen. Er war auch an der Rekonstruktion der letzteren Rasse beteiligt. Durch die Einführung von Schusswaffen zur Jagd verlor der Deerhound seine Aufgabe, den Hirsch auf sich zu hetzen. Im Gegensatz zum Wolfsonf wurde er danach aber auch für die Hirschjagd mit Feuerwaffen verwendet, das sogenannte Deerstalking, so dass sich sein Bestand über die Jahrhunderte nicht wesentlich änderte. 1886 wurde der britische Deerhound-Club gegründet, der den noch heute gültigen Rassestandard festgelegt hat. Beschreibung Der Deerhound ist ein großer bis sehr großer eleganter Windhund mit dichtem, zotteligem, aber anliegendem Fell, das sich hasch und steif anfühlt. Die Farben sind dunkles Blaugrau, dunkleres und helleres Grau oder gestromt sowie gelb. Rotsandfarben oder rotbräunlich mit schwarzer Maske und schwarzen Ohren, Läufen und Rute. Seine Ohren sind klein, hoch angesetzt und in der Ruhe zurückgefaltet. In der Erregung werden sie über den Kopf erhoben. Die Rute ist lang. Sie ist stark am Ansatz, verjüngt sich und reicht fast bis zum Boden. Im Stand fällt sie vollkommen gerade herab oder ist aufgebogen. Verwendung Der Deerhound ist ein guter Begleithund, weniger schnell als der Greyhound, aber stärker und widerstandsfähiger. Als Sporthund läuft er bei Windhundrennen, zum Beispiel beim Kursing. Wo diese Jagdmethode legal ist, kann er auch bei der Hasenhetze zum Einsatz kommen. Wesen Der Rassestandard beschreibt den Idealen Deerhau und wie folgt seine allgemeine Haltung von edler Würde geprägt. Sanft und freundlich Gehorsam und leicht zu erziehen, da er bestrebt ist, zu gefallen. Fügsam und ausgeglichen, niemals misstrauisch, aggressiv oder scheu. Fügsam und freundlich